Lustige Witze in 3, 2, 1, los! Wisst ihr noch damals? Da ist man wach geworden und es hat nichts weh. Das waren noch Zeiten. Verfahren eingestellt. Richter kauft sich Navi. Hatte meinen Rekorder am Wochenende auf The Biggest Loser programmiert. Er hat das HSV-Spiel aufgezeichnet. Arzt, Sie sind stark übergewichtig. Oh, da hätte ich gerne noch eine zweite Meinung. Und hässlich sind Sie auch noch. Wo liegt Maaßen? Mein Arzt sagt, ich soll dort Alkohol trinken. Ist es eigentlich normal, wenn der eine Hoden tiefer hängt als die anderen beiden? Auf jedes Mädchen mit Kurven kommen 10 Männer mit Geraden. Tut mir leid, dass ich Ihre Englischkenntnisse angezweifelt habe. Ach, Sponjover. Aua, ich hab vom Besenstiel Blasen an den Händen. Warum nimmst du auch nicht das Auto? Nach dem Sex werde ich oft sehr emotional. Für mich sind 30 Euro einfach viel Geld. Die ausgefallenste Frisur ist die Glatze. Kannst du gut lecken? Naja, bislang hat sich noch kein Eis beschwert. Im Kino in der Schlange. Du kannst das. Du bist schlau und kannst dich gut artikulieren. Guten Tag. Wie teuer kostet eine Cola? Was würden Ihre Freunde sagen, wo Ihre Schwächen liegen? Ich hab keine. Aber jeder hat doch Schwächen. Ich hab keine Freunde. Der Hund ist das Gegenteil einer Frau. Er versteht alles, aber spricht nicht. Die letzten Worte meines Ninja-Meisters. Lassen Sie mich in Ruhe, ich bin kein Ninja-Meister. Ein Kind wurde in einem Flugzeug geboren und bekam dafür lebenslang Freiflüge. Jetzt bin ich sauer, dass ich nicht in einer Pizzeria geboren wurde. Manchmal, wenn ich mich einsam fühle, öffne ich eine Dose Thunfisch, damit es wenigstens so riecht, als hätte ich eine Freundin. Danke an den Typen, der mich darauf hingewiesen hat, dass im Wort Nudelauflauf zweimal das Wort Lauf drin steckt. Ich werde es nie wieder normal lesen können. Nudelauflauf. Bist du bekloppt und nicht Plenplen? Dann abonniere Master Jam.